Drei Dinge, die wichtig sind. Wichtig In Verhandlungen ist es wichtig, Kompromisse zu finden, um eine Einigung zu erzielen. In Verhandlungen ist es wichtig, Kompromisse zu finden, um eine Einigung zu erzielen. Kompromisse ermöglichen, eine für alle Seiten akzeptable Lösung zu finden. Es ist wichtig, regelmäßig Freundschaften zu pflegen, um die sozialen Bindungen zu stärken. Es ist wichtig, regelmäßig Freundschaften zu pflegen, um die sozialen Bindungen zu stärken. Freundschaften tragen zur emotionalen Unterstützung und zum persönlichen Wohlbefinden bei. Es ist wichtig, die Ziele in kleine, erreichbare Schritte zu unterteilen. Es ist wichtig, die Ziele in kleine, erreichbare Schritte zu unterteilen. Kleine Schritte machen große Ziele überschaubarer und erhöhen die Erfolgsaussichten. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.